Ah ja, ich bin. Der ist knocked. Das ist nur einer rechts und der Wohl. Er ist low, glaube ich. Ich kann nicht mitpushen. Ich habe kein Leben hier. Ich kann nicht mitdecken, die da gehen. Ich habe keine Muni mehr. Ich muss nachladen. Nice. Haben die irgendwie First Aid oder so? Mal hinter mir, hinter mir. Shit. Ah ja, da hinten. Ich sehe ihn an der Mauer beim blauen Haus, aber eher so auf unserer Seite. Ja, der ist da ganz... Oh, war das deine Flash? Nee. Bist du full? Nee. Ich habe auch eine Flash. Ich werbe auch eine. Auf den Typen. Oh, die musst du treffen. Oh, die... Oh, mein Gott. Hier ist noch einiges. Hier kommt noch einer Süden. Hier sind so viele Smokes. Wir können aber auch Rolls-Up-Gelog gehen. Und da oben nochmal reinschauen. Oh, hier sind Fahrzeuge vor uns, vor uns. Nord-Osten, zwei Stück. Zwei UAZs hier. Wollen wir die handen? Ja, klar. Ja, die stecken ja aus. Lass die Anhalter. Wir wollen fighten. Ja, genau die Schüsse habe ich gehört. Echt? Wann bauen sie welche? Ja. Ich push die hier an dem Hügel. Weil die haben gerade Fights bei mir. Marco. Ja, push weiter. Ich komme sofort. Ich habe den gefunden. Ich komme. Da sind noch welche. Ja. Moppet. Bei mir sind zwei. Wo ist das Moppet? Sehe ich, sehe ich. Hast du das Moppet? Moppet ist down. 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 Der Herr, Vorsicht, der hat bessere Deckung als du, wenn der jetzt vorpusht. Ich werfe eine Nate. Okay. Ah, knockt. Einer knockt. Nice. Nice. Da waren noch welche rechts bei den Prinzesshäusern. Ja, die schießen auch. Ja, ja, ja. 145. Sehe ich nicht. Ist der, schießt er aus einem Haus oder was? I don't know. Ah. Haben die guten Loots hier? Es geht. Irgendwann in einem Haus. Ich sehe ihn, er rennt. Rechts. Ach, da habe ich sehen. Ja, okay. Knockt. Oh, ist nur knocked. Ich finnische mal. Oh, sein Mate ist auch da irgendwo. Am Baum. Haben wir auch irgendwie nimmst. Hat keinen Helm, ist tot. Headshot, nice. Er hat Rock hier links. War einer. Also hier habe ich einen gesehen, ja. Oh. Alles noch safe. Willst du im Dekord durchchecken, ob hier was drin ist? Ja, ich guck mal. Oha, mein Sounds. Ne, ist leer, leer, leer. Der ist vorne, vorne ein Spieler am Turm. Oh, ja, ja. Oh Gott. Oh Gott. Und im Haus drin auch. Ich push den am Turm. Der am Turm, der rafft gar nichts. Auch knocked. Der am Turm rafft immer noch nichts. Na um, oben links. Tot. Oh mein Gott. Oh, Jüngel. Alter, der am Turm hat nichts gerafft. Den hätte ich nicht gerne im Team. Der hat selbst, nachdem ich den ausgenockt habe, hat er immer noch nicht gewusst, von wo ich schieße. Oh, das Dreier-Motorrad. Oh. Äh, andere Seite. Norden. Shit, hat mich einmal getroffen. Na gut, ich sitze halt so an der Seite. Der ist oben. Ah, tot. Gut, direkt auf den Berg hoch, oder? Ja, heil dich. Ja, ich heil mich hier. Oh. Was? Ich habe keine Weste mehr. Fuck. Ich habe meine Dreier kaputt gemacht. Ah, weiß ich nicht, Jomas. Ich glaube nicht. Ich habe keinen Ballpartner. Aktuell. No Jumbo-Hive. Guck dir das Bike an. Das geht einmal wieder runter. Eigentlich hätte ich drin sitzen bleiben müssen. Der ist raus, oder? War das deine, Nate? Nee. Ähm, ich hätte eine Smoke. Da können wir, kann ich zumindest den Sound blockieren erst mal. Hier ist Smoke, ist drin schon mal. Hä, warum gehen hinter uns die ganze Zeit Scheiben kaputt? Ja, das frage ich mich auch, deswegen. Bereit? Ich werfe mal Nades rein hier. Ich bin schon mal drin. Ich bin auf dem Balkon. Nee. Nicht meiner. Ich bin flashed. Oh, du bist flashed? Ja. Shit. Von wo? Im Nebenraum ist keiner. Die müssen beide oben sein. Oh, ich bin auch flashed. Ernsthaft? Oh mein Gott, ja. Ich kann von hier unten. Wo? Er liegt da einfach. Zone kommt auch, ne? Ich spring jetzt runter. Was ein Troll. Hinter dir, hinter dir. Oh shit. Okay, hier hinten ist ein Van. Ich lauf mal zum Van erst mal. Hier ist noch einer. Tommy Gun. Er rennt auf der Zone und schießt mit dem Tommy, Junge. Oh Mann, ey. Was seid ihr? Wichtige Profis hier. Aber ich meine, die haben uns zweimal geflasht, ne? Also, sonst nicht. Wo sind die denn bei der Garage? Bei der Garage oben, drauf. Ah ja, Fenster, ne? Linkes Fenster. Hat ein Headshot. Der hat auch eine Arme. Ja, okay. Der hat mich zweimal gewischt. Ich muss mich mal heilen. Oh, der geht mir hart, Junge. Hart. Der hat mir auch gut gegeben. Aber wir müssen so open field, ne? Ich laufe lieber rein. Wir haben hier gute Deckung. Eben, ja. Passt schon. Die müssen auch. Die laufen open field jetzt. Gerade raus. Mit Gilly. Wisst ihr den? Ja, warte, warte, warte. Ich hol mir den gleich. Ja, den kann ich auf die Distance nicht holen. Er legt sich hin. Ja, wenn er sich hinlegt, dann treffe ich ihn schon. Nice. Ich guck mal, ob ich den finishen kann. Ah, die lassen den liegen. Okay. Ja, das waren die sogar aus dem Haus. Oh, der hat einen Headshot bekommen. Ich finische den direkt mal. Sie sein, mate. Hol ihn dir. Ah, das sind in den Häusern jetzt hier unten. Ah, shit. Ja, die laufen genau in zwei andere rein. Hier links von uns sind auch noch welche, ne? Süden. Ja, sehe ich sogar die Schüsse da hinten. Sind die bei den Häusern? Ach, open field. Hier close sogar. Naja, so ein bisschen. 215. Dennoch keine Deckung vor mir, der Typ. Ich habe den gerade hier irgendwo gesehen auf dem Feld. Sie gehen am Heuballen. Oh, hast du das gesehen? Genau in dem man duckt es sich. Ich muss mich kurz mal heilen hier. Oh, Flo, grüß dich. Mein Kill-Rekord im Solo? 26, glaube ich. Wir haben ja eigentlich eine ziemlich coole Posi. Ah, wir sind aber nicht in der Zone. Schade. Nee, deswegen. Aber die aus den Häusern müssen da auch raus. Da geht es gerade ab. Die haben gerade ein Duell da. Was ist mit den Leuten links? Die müssen ja auch noch hier sein, ne? Mhm. Ich glaube, die kriechen. Na, hier oben müssen wirklich die Leben jetzt hin. Die gucken... Linkes Haus. Linkes Haus. Oben. Die laufen, die laufen. Die laufen. Die laufen. Die laufen. Die laufen. Die laufen. Ja, ich guck mal lieber hinter uns. Der hinter uns, Ted. Die letzten sind an den Häusern. Die letzten beiden. Achso. Ich sehe die da. Ach, sind denn nur noch zwei? Okay. Ja, ja, ja. An den Häusern. Ja, gut. Ich dachte, hinter uns wäre noch einer. Ja, die müssen jetzt raus, ne? Ja, ja. Das hat ja nicht easy wohl sein. Ja, noch geklaut. Nein, wie viele hat sie? Ich habe jetzt 17. 15. Oh, shit. Hättest du dir noch lassen sollen? 32. Nice. Wir haben uns wieder gesteigert hier. Was ist da los? Oh, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. Oh, 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 oh